Hallo und grüß dich zum zweiten Video hier auf meinem Südtiroler YouTube-Kanal. Ich bin der Dom und es freut mich, dass du ihn geschaltet hast. In dem Video, das ist jetzt das zweite Video, das ich zum Thema Kryptowährungen und Steuern hier in Italien mache. Und da zeige ich euch jetzt die Plattform Cointracking. Ich habe mit Cointracking eine Zusammenarbeit und dank ihm mit der Hilfe haben wir jetzt hier ein paar Sachen eingebaut, damit es für uns als Italiener mit unserer speziellen Steuersituation, die es ja bei den Kryptowährungen gibt. Wenn du noch nicht weißt, was soll welche sein, verlinke ich dir hier ein Video, wo ich ein Interview mit Mirko Oliva, einem Steuerberater, gemacht habe, der genau erklärt, wie man bei uns aktuelle Kryptowährungen versteuern muss. Sie haben uns jetzt hier ein paar Tools eingebaut auf meiner Seite und ich werde es eigentlich jetzt in diesem Video zeigen. Das Video strukturiere ich in zwei Tagen auf und einmal werden wir uns auf Cointracking.info registrieren. Zusammen nehme ich eigentlich kurz mit, dann zeige ich, wie es funktioniert. Und der zweite Tag ist noch, wenn wir uns anschauen, wie eine Steuererklärung auszuschauen hat, beziehungsweise welche Daten unsere Steuerberater für es brauchen. Nach diesen Sagen legen wir gleich los und wir sehen uns sofort nach dem Intro. So, wir befinden uns jetzt da auf dem YouTube-Kanal, auf meinem Südtiroler YouTube-Kanal. Danke für die 1326 Aufrufe, hat mich sehr, sehr gefreut, dass da so ein Interesse ist und es freut mich auch, dass sich der Mirko da Zeit genommen hat und wir gekannt haben, das Interview zu machen. Wenn es dich interessiert und du eben noch nicht genau weißt, wie du deine Kryptowährung und Beninz da in Italien zu versteuern hast, schau dir das Video an, es geht relativ lang. Ich habe aber auch ein paar Timestamps innen getan, das heißt, du kannst da weiter auswählen und so weiter und dann siehst du genau, wo es ist. Da sind auch die ganzen Timestamps zu finden, falls es dich interessiert. So, was nehmen wir jetzt? Wir schauen uns jetzt die Plattform Cointracking.info an, wo wir unseren Steuererbucht rauskriegen, den wir für die Steuererklärung nutzen können. Wir werden Zinsen jetzt Bitpanda nehmen, logischerweise, wenn du bei einer anderen Kryptobörse bist, passt das auch. Ich empfehle allen gerne Bitpanda, weil es aus Österreich ist, also unsere Nachbarn sein und ich relativ viel Vertrauen habe. So, dann legen wir gleich los. Wir machen uns jetzt einen Account bei Cointracking.info. Ich empfehle dir da, meinen Link zu nehmen, den ich unter dem ersten Video habe, aber auch unter dem Video posten werde. Zusammen ist, falls du dich irgendwann für die bezahlte Version entscheidest, kriegst du 10% Rabatt und ich kriege auch nur eine Provision. Und, wie gesagt, es kommen muss, wenn du es tust, so Gedanke dafür. So, ich klicke jetzt auf den Link und dann können wir gleich auf die Seite Cointracking.info. Da ist jetzt ja natürlich mein Account schon drauf. Wir werden uns jetzt aber nochmal anmelden, weil ich werde einen zweiten Account jetzt erstellen, einfach da für Demo-Zwecke. Dann klicke ich mir jetzt auf kostenlos anmelden und jetzt müssen wir jetzt einen Benutzer-Namen machen. Dann gebe ich jetzt das Passwort in und dann gebe ich die E-Mail-Adresse in. Sobald ich die drei Sachen drinnen haben, klicke ich hier ganz einfach auf jetzt anmelden. Jetzt fragt ihr mich auch schon, was ich da instellen will. Ich nehme natürlich Euro, ich nehme Deutsch und nehme die Zeitzone, haben die mir jetzt einfach, wenn wir haben, Rom oder Brüssel. Genau, ich nehme die Plus-Uns, nehme unsere Zeitzone. Genau, wenn ich will, kann ich mich noch für die Newsletter anmelden oder nicht. Und wenn ich jetzt nicht, dann kann ich jetzt schon loslegen mit Transaktionen, jetzt hinzufügen oder importieren. Und jetzt geht es los. Das ist jetzt mein neuer Account und ja, da kann ich jetzt selber händisch natürlich meine Trades in pflegen. Wenn wir natürlich nicht, weil da ist ja natürlich viel, viel, viel Arbeit, deswegen gibt es da eben die Börsen-Importe. Und wie du siehst, wir haben jetzt aktuell die Gratis-Version klarerweise, weil wir sind ja neu gestartet. Und wir, da kannst du jetzt deine Börse auswählen und da gibt es ja fast auch jede Börse. Und wenn es keine gibt, kannst du in Support anschreiben, dann werden sie die Börse hinzufügen für RENG. Genau, natürlich kannst du auch Wallet-Import machen, nicht? Aber halt erkläre ich euch nachher. Wir werden jetzt für Bitpanda und zwar holen wir uns die CSV. Wieso holen wir uns die CSV-Datei? Weil bei der API-Schnittstelle, glaube ich, so funktioniert gleich ein Premium-Account. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Genau, schauen wir uns, klicken wir einmal auf API. Na, funktioniert sogar über API. So werde ich jetzt nicht sagen, hey, ist für fortgeschrittenen User. Ich glaube, bei uns reicht der CSV-Import. Und jetzt sieht man auch schon, navigieren auf Bitpanda zu Account History. Und dann sage ich gerade an, genau welche History du hast. Klicke auf Export, wähle Download CSV, lade dir deine CSV-Datei hier hoch. Das nehmen wir jetzt einmal ganz kurz miteinander. Ich klicke jetzt da drauf, auf den Verlauf. Und jetzt seht ihr, das ist eben auch ein neuer Account, den ich da erstellt habe. Da habe ich einmal 50 Euro Best-Token gekauft und einmal 50 Euro in BTC, also in Bitcoin. Und genau, ich habe die Einzahlung am 28. April gemacht, extra natürlich für das Video. Und am 11. Mai habe ich dann in Kauf gemacht für die zwei Sachen. So, jetzt schauen wir nochmal, was da gestanden ist. Navigieren auf Bitpanda zu Account History. Haben Sie einmal. Okay. Verlauf. Und dann, was müssen wir tun? Klicke auf Export, wähle Download CSV. Nachdem wir das jetzt exportieren. Und jetzt fragt ihr, was soll er da generieren? Jetzt schauen wir nochmal, dass wir auf Nummer sicher gehen. Okay, Download CSV. Und die Cell laden wir jetzt auch. Und wie ich es jetzt sehe, steht da, es kann eine Weile dauern, wenn du eine längere Historie hast. Das heißt, dass du schon viele Jahre da vielleicht jetzt schon tätig bist bei Bitpanda oder einer anderen Börse. Je nachdem wird es halt auch länger dauern. Jetzt laden wir uns das auch. Ich habe die Datei jetzt angeladen. Und als nächstes ist, ich ziehe sie jetzt einfach für meinen Ordner, wo ich sie angeladen habe. Hier in dem Per-Drag-and-Drop steht da auch. Gell? So. Jetzt habe ich die Datei eingepflegt. Jetzt gehe ich weiter zum Import. Und jetzt seht ihr da, das sind die Sachen, die ich gemacht habe. Okay. Er sagt, die Daten sehen gut aus. Dann schaue ich mir das nochmal an, stimmt das, was ich getan habe. Und ja, das passt so weit als gut. Und dann mache ich Import starten. So. Jetzt ist der Import drinnen. Jetzt kann ich zurückgehen aufs Dashboard. So. Und jetzt steht da auch gleich, Achtung, die Daten auf deiner Seite sind nicht korrekt. Da deine Trades noch nicht kalkuliert wurden. Jetzt kommt unten das Fenster, wo steht, neue Trades gefunden. Jetzt klicke ich auf Trades neu berechnen. Das dauert ein paar Sekunden und jetzt kriegen wir auch schon unser Dashboard. Und jetzt siehst du da, der aktuelle Wert für mein gesamtes Depot ist 72 Euro. Das heißt, wir haben schon 30 Euro Minus gemacht. Die haben natürlich das, jetzt haben wir ganz kürzlich erst einen Bitcoin-Tipp gehabt, was natürlich langfristig nicht so relevant ist, aber aktuell ist es jetzt halt so. Das heißt, aktuell sind wir in Minus. Da sieht man auch schon, wo es passiert ist. Du hast du deine Zeitlinie und so weiter. Da gibt es jetzt unzählige Funktionen. Was ist aber für uns relevant und was ist für mich relevant für die Steuer? Jetzt gehe ich es eigentlich ganz kurz zu sagen. Also, die Coins in Drogen kommen oben da, wenn man auf dem Dashboard ist, kann man da nachschauen und man kann die CSV und da, je nachdem, man kann da jede Exchange oder jede, jeden oder halt die meisten, die es aktuell gibt, sind da vorhanden. Jetzt sagen wir mal, man hat crypto.com oder ist ja egal. Viele kennen vielleicht Coinbase. Nehmen wir mal Coinbase. Genau, nehmen wir Coinbase. Und da steht ganz genau, was du zitieren hast und alternativ kannst du den API-Import machen. Genau. Wichtig ist, dass du alle deine Börsen da infiegst. Dann hast du eine ordentliche Historie und siehst, was du wirklich hast. So, dann kommen wir zum steuerlichen Thema. Was ist das steuerliche Thema? Drei Sachen muss der Steuerberater von uns wissen. Einmal, wie viel haben wir im letzten Jahr, weil die Steuererklärung machen wir an für das letzte Jahr. Also, was haben wir einen Gewinn gemacht? Haben wir die Steuerschwelle für die 51.600 länger als drei Tage überschritten? Ein dritter Punkt ist, dass sie auch wissen müssen, wie viel habe ich am Ende des Jahres, am 130. des 12. vom letzten Jahr auf dem Konter gehabt? Wie viel habe ich zusammen genau Coins gehabt? Ja. Wir gehen das jetzt systematisch durch. Auch für Sell werde ich mich jetzt ausloggen, weil der Account ja jetzt allein in den Jahren ist. Beziehungsweise wir können es mal einfach jetzt in dem Jahr machen. Das erste, was er wissen muss, ist die realisierten und unrealisierten Gewinne. Und da hat man die Übersicht, die kann man sich als PDF da anladen oder eben ausdrucken oder als CSV oder als Excel-Datei habe ich es noch dir selber überlassen. Und da zeigt er dir genau an, welchen Coin du hast, was deine Kosten gewesen sind, also mit wie viel du Euro eingestiegen bist, was der aktuelle Wert ist und ob du irgendetwas realisiert oder ja, nicht realisiert hast. Das zeige ich ganz, ganz kurz jetzt da mit dem Demo-Account, weil dann sieht man das vielleicht besser. Ich loge mich jetzt einfach nochmal aus, kurz. Genau. Und jetzt gehen wir auf das Dashboard und dann ist da gleich ein Demo-Account, okay? Jetzt gehen wir nochmal auf unrealisierte Gewinne und Verluste oder halt realisierte und unrealisierte Gewinne und jetzt seht es da gleich, da seien es mehrere Coins und da sieht man jetzt auch etwas, wie viel seien die Kosten gewesen, wie viel ist der aktuelle Wert. Aus dem SEM resultiert natürlich der unrealisierte Gewinn und der realisierte Gewinn ist der, der da hinten steht. Logischerweise müssen wir das ja in unserem Steuerberater fürs letzte Jahr geben. Also wechseln wir da her und sagen, genau, die Berechnung für INS ist, wir machen das ja für 2020, das heißt, wir gehen zurück bis auf den 1. Jänner 2020 und das Ende, klarerweise, wird der 31. Dezember 2020 sein. So, jetzt filtren wir das. Genau. Und jetzt seht ihr auch schon die ganzen Sachen. Jetzt sehe ich mir, okay, das letzte Jahr haben wir allein geholt, weil wir schlau seien und haben nichts verkauft, das ist ja ein Demo-Account, gell? Genau, und haben also kein Gewinn und kein Verlust gemacht. Aber, so sieht der Steuerberater, okay, wir haben, und das ist jetzt ein US-Dollar, ähm, kann mein SEL da, ah, da steht, ah, okay, bei deinem Demo-Account kann man auch US-Dollar auswählen. Bins kann man ja natürlich noch Euro auswählen. Genau, und was da noch wichtig ist, ist die Methode. Die Methode, über die SEL haben wir auch im letzten Video gesprochen, First-in, First-out oder Last-in, First-out. Die haben zwei Sachen, kann man in Italien nennen. Ich überlege euch das davor, überlege euch gut, nennen wir es First-in, First-out oder Last-in, First-out. Ich habe mich für First-in, First-out entschieden und noch bleibe ich aber da sein, okay? Und jetzt sieht man da, dass wir keinen Gewinn da gemacht, beziehungsweise allein Buchgewinne gemacht haben und es haben noch wahr, so oder so waren keine Steuern fällig. So, das ist die erste Sache, die wir jetzt getan haben. Noch was muss der Steuerberater noch wissen? Und das ist die Bilanz pro Börse. Und zwar, siehst du, das geht eh gut, in dem Account sind viele verschiedene Börsen. Das ist für ihn ganz interessant, weil das ist auch das, was jetzt aktuell wichtiger ist. Dann muss er wissen, wie viel du zum Enddatum, man kann da einfach auch das ganze Jahr instellen, aber man kann auch auf das Enddatum instellen. Für einen Steuerberater ist wichtig zu wissen und Achtung, das ist nicht eine Steuerberatung, was ich da mache, also ich sage gleich das, was mein Steuerberater mir gesagt hat. So, das ist jetzt so, jetzt haben wir die mehrere Börsen da, was wir haben und jetzt sieht man da die Werte, was wir da drinnen haben. Was wir da jetzt geleitet haben, ist, wir wollen leider die digitalen Währungen, weil uns interessieren die Euro-Werte ja nicht, weil es geht ja wirklich darum, dass sie wissen, wie viel wir an Fremdwährungen nicht in Italien liegen haben. Okay? Also, dann haben wir da Bittstam, Bittrex, Coinbase, Hit, BTC, Kraken oder Kraken und Poloniex. Ich werde jetzt nicht jede nachschauen, aber was für einen Steuerberater wichtig ist, ist, wo ist der Sitz für Bittstamp? Dann mache ich jetzt da ein neues Ding auf. Sitz, Bitt, Stamp. Genau. Also, seht ihr das jetzt. Das ist wichtig zu wissen, wo liegt unser Geld? Und jetzt sieht man da, ist ein Glück mit Sitz in Luxemburg und in London. Da müssen wir jetzt natürlich ganz genau schauen, wo ist der offizielle Sitz, weil sie in unserer Kryptowährung gerade gelagert sind. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich einen Support anschreiben, aber jetzt sagen wir mal, es ist in Luxemburg. Ich mache hier einen Screenshot, beziehungsweise das kannst du natürlich auch ausdrucken, ich habe einen Screenshot gemacht und habe zusammen daneben geschrieben, diese Börse ist in Luxemburg. Dann haben wir die nächste Börse, wenn ich mehrere Börsen habe. und dann haben wir zusammen Sitz, Bittrex, zwei Tegel, genau, Las Vegas, also USA. Nachher machen wir einen Screenshot für den Wert und da seht ihr es jetzt, das ist der Wert am 31. des 12. 2020 und schreiben daneben Amerika und so weiter. Und da geben wir alle unsere Börsen durch, weil Helm muss, der Steuerberater, im Modell RW muss er wissen und angeben, in welchem Land hast du überall Geld. Um so geht es. So, Helm ist die zweite Sache und die dritte Sache und das ist jetzt eben die wichtige Sache und dann kommen wir zur Tagesbilanz. Das ist natürlich allein interessant für Leute, die sicher schon über der Schwelle sein. Wenn du genau weißt, du hast eh, ich sage mal jetzt 10.000 Euro drauf, man weißt, du wärst nie, durch Steuerschwelle überschreiten. So, ich habe mich jetzt derweil wieder hingeloggt, weil jetzt schauen wir uns eben die Tagesbilanz an und das ist für uns beziehungsweise für den Steuerberater relevant, aber sagen musst du ja du es. Deswegen, wir klicken jetzt auf Bilanz nach Tagen, okay, und jetzt müssen wir theoretisch logischerweise in Jänner 2020 eingeben und sehen wir in Ersten. Genau, und dann klicken wir das Pfeilelohn und jetzt sehe ich mal, wie viel der Gegenwert ist. Wieso nehmen wir den Kurswert von Ersten des Ersten 2020, weil das Gesetz so für sich. Das hat Cointracking extra für uns Italiener eingebaut, also mal danke für das. Und ja, es war schwierig, immer das zu erklären, aber das ist eben das, was wichtig ist, um zu wissen, wo wir das letzte Jahr haben, wo wir steuerpflichtig geworden. Und jetzt sehe ich es auch schon, wenn wir zurück, wenn wir uns nochmal das Dashboard aufmachen, zum Vergleich, wir haben jetzt einen Gesamtcoinwert, bei dem Wert, was wir jetzt haben, für 72 Euro. Wenn wir aber in Coinprice nehmen, von Ersten des Ersten 2020, ist es viel, viel weniger. Logischerweise, jetzt nehmen wir da ein bisschen, nehmen wir ein paar Einträge mehr, nehmen wir mal 500. Leider komme ich da in der Historie jetzt nicht zurück, weil wir ja erst seit dem 29. des vierten Coins drinnen haben. Für RENK ist es natürlich wichtig, dass es da zurückgeht, schaut natürlich das ganze letzte Jahr an und da könnt ihr es effektiv feststellen, ob es die sieben Werktage, die 150.600 Euro überschritten hat. Ich habe mit CoinTracking noch geredet, dass sie uns vielleicht da ein bisschen ein Dashboard aufbauen, dass man es quasi ein bisschen übersichtlicher sehen hat, so wie da. Das war natürlich ein großer Vorteil. Sie haben gesagt, sie werden daran arbeiten, aktuell gibt es CELL leider noch nicht. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Es sind drei Sachen, die aktuell wichtig sind bei uns zu wissen. Eine Sache für dich selber zu wissen ist, musst du Steuern zahlen, ja oder nein. CELL ist eben, da gehst du auf zurückkommen, auf den Dashboard, auf Tagesbilanz gibt es da natürlich Bilanz nach Tagen mit Festpreisen, gibt es da das Datum von letzten Jahren, wenn du es für das letzte Jahr wissen willst, wenn du es für das Jahr wissen willst, dann ist natürlich der erste, das erste 2,20% richtig, CELL ist die erste Sache, dann weißt du, bist du steuerpflichtig oder nicht. Dann ist da die zweite Sache, dass du einfach die Bilanz pro Börse, das was ich dir gerade gesagt habe, dass du schaust, welcher Niveau es, in dem Fall jetzt bei dem Account, war es weniger Relevanz, da kannst du auf sagen, ich bin auf Bitbanda, CELL ist in Österreich und sonst bin ich auf Kurner Börse und dann ist es überhaupt ganz, ganz simpel. Hatten wir jetzt auch noch eine Hardware Wallet, nachher war CELL natürlich nicht ohnezugeben, weil man kann auch die Hardware Wallet inpflegen, doch allseits bekannte, und zwar steht da natürlich auch Wallet Imports, es gibt ja die ganzen Tresor, die Bitbox oder eben den Ledger, dann kann man CELL auch noch inpflegen. Wird genau erklärt, wie es funktioniert, also ganz, ganz, ich will jetzt nicht sagen ganz, ganz simpel, aber relativ simpel. Genau, heißt die zweite Sache, dann natürlich müsstest du alle mit Filter auswählen für den jeweiligen Jahr, damit man weiß, und was es logischerweise auch noch tut, ist allein digitale Währungen, weil die Euro-Währung ist ja nicht relevant für die Sache da. Nach kommt noch die dritte Sache und letzte Sache und soll sein die Gewinne. Dann gehen wir da innen, wie ich es eigentlich gesagt habe, unrealisierte Gewinne, wählen beim Filter natürlich das jeweilige Jahr aus und da auch natürlich nur digitale Währungen, damit wir eine klare Übersicht haben und so schaut das dann eben ganz genau aus. Da kann man einen PDF auslassen oder einen Screenshot, ich habe einen Screenshot gemacht, ich finde es eigentlich übersichtlicher wie die PDF, aber ich kann es noch jedem selber überlassen. Okay, das sind die Sachen, die ich eigentlich da gewählt und erklären will. Ich glaube, es ist relativ simpel, ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass es jeder und jede von euch versteht. Frag es in die Kommentare, falls es nicht so ist. Vielleicht noch ohne klare eine Sache, die ich da ganz gerne sagen würde. Wer es komplexer haben will, der kann da einen Steuerreport auslassen und da klickt man innen, dann wählt man aus, welche Methode, first in, first out, nur den Gewinn berechnen oder Steuern und Gewinn berechnen, du kannst auch sagen, okay, ich will die Steuern gleich berechnet haben, dann sagt man in so einen Steuersatz, okay, in so einen Steuersatz ist gar nicht drin, dann schreiben wir ihn selber in, das sind 26 Prozent. Das ist natürlich erst interessant, wenn man steuerpflichtig ist, das ist ja nicht interessant, das ist aber für dich auch vielleicht als Übersicht noch ganz schön zu wissen, okay, wie viel kommt denn Steuerlast auf mich zu? Dann wählt man natürlich ein Steuerjahr aus, das war jetzt das letzte Jahr, man kann auch schon das Jahr anschauen, genau, dann kann man noch Filter auswählen, was du willst, alle Trades, welche Börsen, welche Gruppen, Tunausgabe, Spende, Schenkung, etc., genau, und dann kann man sich den Steuerrapport generieren und dann hat man alle möglichen Daten, die drinnen seien und zähle ich, hätte ich vielleicht das, was ganz interessant ist, da ist er noch zu finden, vielleicht der eine oder andere Steuerberater sagt, ich will es viel genauer holen, das ist mir zu ungenau mit den Screenshots und so weiter, aber das ist halt die Sache, wie das da funktioniert. Zu guter Letzt kommen wir noch ganz kurz zu den Preisen, wie gesagt, wenn ich meinen Link nehme, kriege ich 10 Prozent Rabatt, aber für alle, die eh schon, die noch nicht viele Trades haben, die relativ neu sind in der ganzen Geschichte, hat man eben 200 Transaktionen frei. Da sieht man auch die ganzen Sachen, was die und anbieten. Ah, eben, das, was ich gemeint habe, mit dem automatischen Börsenimport, der Sell kommt natürlich erst, wenn man die Pro-Version da nutzt. Ich und die Pro-Version, aber das ist jedem von einem selber überlassen, wir können da mal, das ist jetzt ein US-Dollar, können wir auf Euro umstellen. Ich selber habe mir das Abo gegönnt, weil ich gewiss dann, okay, ich wäre selber so langfristig in Kryptowährungen investieren und dann mache ich eine unmalige Zahlung, hole mir das lebenslange Abo, dann habe ich keine jährlichen oder monatlichen Gebühren, passt mir besser, aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Wenn es meinen Link nimmt, kriege ich 10 Prozent Rabatt, ich kriege nur eine Provision. Danke dafür, wir müssen das natürlich nicht machen, wenn es ist, bin ich frei, die mich natürlich da, ist auch für die Arbeit ein klunes Dankeschön und es ist nicht zu viel zu sagen, da geht es halt wirklich darum, ja, an welchem Level seid ihr, geht es viel traden, geht es wenig traden. Ich empfehle eigentlich natürlich jetzt da Cointracking, es gibt auch andere Sachen, Blockbit, Accounting, es gibt mehrere Sachen, die den Dienst anbieten, ich habe das extra jetzt mit Cointracking ausgearbeitet für ins Italiener, ich hoffe, das hilft Ihnen und den anderen von Ihnen weiter, ich hoffe, das ganze Video hat Ihnen ein bisschen helfen gekannt, wenn es Ihnen gefallen hat, bitte logischerweise einen Daumen outen, er hilft uns natürlich auch da ein bisschen größer zu werden, wenn es Interesse hat, wir haben uns da eine kleine Community gegründet, auf Facebook werden wir uns ein bisschen austauschen, wo mehrere Leitler da aus Südtirol sind und wo man Fragen stellen kann, wo man Antworten kriegt und so weiter, ich kann es ja mal ganz kurz aufmachen, das ist die, wir haben da jetzt 75 Leute mittlerweile drinnen, freut mich fest an, wie gut das erste Video angekommen ist und ja, wenn ich es Interesse habe, kommt da innen, da könnte es natürlich der Gruppe einfach beitreten oder können wir uns ein bisschen austauschen über solche Themen. Ansonsten möchte ich mich bei dir bedanken, dass du zugeschaut hast, ich hoffe, es hat dir wirklich auch etwas gebraucht und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du Fragen hast, logisch weiss in die Kommentare und sonst alles, alles Gute, bis zum nächsten Mal, machs gut und servus.